Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest mit mir in den Kabin. Es schneit, es ist kalt, aber wir lassen uns nicht aufhalten. Wir bauen hier weiter. Der Kabin hat Sachen gemacht. Der Kabin hat schöne Sachen gemacht. Und Scheiße. Also, nee, der wollte Scheiße korrigieren. Er wollte schlechte Sachen korrigieren. Bei manchen hat's geklappt, weil wie gesagt, hier war ja auch Stein gewesen. Ich würde das nämlich gerne austauschen. Wenigstens wendemäßig fällt das die Kacke aus. Aber das Spiel mähen sich so, äh, nö. Wohl, warten Sie mal. Wenn ich jetzt die Treppe nochmal abreiße und dann die Steine weg mache, dann müsste das ja funktionieren. Ich hoffe nicht, dass ich das wie gestern machen muss. Ich habe nämlich gestern eine Ewigkeit gebraucht, um das hier hinzukriegen. Hier unten kann das ja bleiben. Weil ich musste, also ungelogen. Bist du denn doof? Achso. Ja, ja. Nee, nee. Erstmal hier ein Ofat machen und dann wegrennen, oder wat? Naja, gut. Nee, weil ich musste nämlich das halbe Ding hier wegreißen. Also, ab die Schrehe musst du weg. Oh, Ellie, du bist das. Also, du musst hier alles komplett weg. Weil ich konnte es nicht wegmachen. Das war eine Sache, das zeig euch. Hat er sich geweihert. Wollt er nicht. Hey, ich will das doch ja nicht darin. Ich will da jetzt... Zwei. Ah, siehste. Nein! Er macht schon will er Dinge. Bitte mach ich das dem Teil so. Ich wollte doch eigentlich... Achso, ich kann die auch so drin machen. Ja, gut, das ist ja egal. Hallo. Willst du ein paar Bretter am Kopf haben? Ich glaube, die haben Spaß. Ellie? Ich glaube, die haben Spaß. Die haben uns nicht gefragt, ob die überhaupt Spaß haben dürfen. Wo sind die jetzt hin? Hallo, mein Spaß, ja, Freund. Lass uns zusammen Spaß haben. This is my Boomstick. Ah, hast du eigentlich einen Schwellen, Calvin? Ich hab dich gerade so noch erkannt. Ach, da sind sie ja. Na, komm mal her. Ha! Ich hab seinen Weg vorher an. Hast du das gesehen? Hat funktioniert diesmal. Schütze mich, Ellie. Schütze mich. Ich bin schützenswert. Oder so. Ja, wie ihr sagt. Fand ich nie so cool. Aber ich musste durch. Ich hab das angefangen, musste ich das zu Ende machen. So. Gut, jetzt machen wir mal das weg. Ja. Aber das würde ich hier lassen. Weil das fügt sich nämlich gerade so schön ein. Alter. Alter, und das war hier eine Müllkiste. Ich hab gedacht, ich krieg das nie wieder hin. Oh, nicht schon wieder. Nein. Das ist hier genau dasselbe. Oh, nee. Oh, nee. Na ja, gut. Leute, wir müssen das hier abreißen. Aber wenn wir Glück haben, bloß die Schrie hier. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ach, jetzt machst du das? Oder was? Der will mich verarschen. Der will mich heute wirklich verarschen. Autsch. So, jetzt müsste das doch... Nee, das immer noch nicht. Weil das denn mit denen verbunden ist, ne? Ellie, du musst dich wehren. Entschuldigung, Ellie. Ich wollte dich nicht treffen. Ey, kannst du mal den hier wegmachen? Ist auch ein Gegner. Sorry, wollte dich nicht treffen. Ich wollte ihn treffen. Ich wollte dir ein bisschen helfen. Ja, so ist richtig. Ellie. Steh mal auf. Wir haben Party hier. Ja. Nee, der liegt da hinten. Nimm mal da hinten ran. Da hinten. Ja. Nimm Anlauf. Da braucht noch ein Baby. Probier's mal mit dir müde. Mann, du kriegst auch ja eine schön Musik hier. Ah, hier sind ja Babys. Äh, warten sie mal. Nein. Ich spüre da was. Das hier fällt mir nicht. So, jetzt bist du dran. Ja, Ellie, wir machen fertig. Wie du Sau. Ach, hinter mir. Huh. Ellie, schieße. What she said? Baby hier. Ach, Mensch, du Christ, ja. Ich mach das lieber alleine. Warte mal, Mädel. So, warte mal. Calvin, der ist schön am Rennen. Ich anhau es necken, weil ich habe nämlich nichts mehr. Ich habe jetzt alles verbraucht. Ja, Ellie. Ich hab's gemacht. Ich hab's fertig gemacht. So, jetzt kann ich die ganzen Steine hier wegmachen. Ey, das ist immer richtig kacke. Na ja. Ah, jetzt hat er. Hat ja keiner gesehen. So, jetzt müsste es aber weggehen, wa? Jetzt müsste die... Wieso geht ihr jetzt nicht weg? Ich hab euch weggemacht. Was ist wrong? Ach, das ist doch alles Kot hier. Das ist doch nicht normal. Jetzt geht das genauso los wie gestern, oder wat? Also, rein theoretisch müsste das abgehen, wa? Wisst ihr wat? Wir machen das anders. Ich habe dafür keine Zeit. Und keine Lust. Kannst du mal hier wechseln? Danke schön. Ja, mach mal kurz... Nein, nee, warte mal. Um die Babys müssen wir uns jetzt kümmern. Hast du das jetzt weggekriegt? Äh... Oder ist das hier noch... unterwegs? Ich muss nämlich Sachen... Naja, die kann ja auch Calvin los schicken zur Reparatur. Wir müssen das wegkloppen. Warten Sie mal kurz. Ich habe ja, wie gesagt... Äh... Spiel... Wo war das? Äh... So, Strukturschaden... Wieder an. Könnte zwar zwei Sekunden dauern. Oh, da bin ich wieder. Ich habe Strukturschaden an, weil ich nämlich die Schnauze voll habe. Ich klopke die Wand jetzt weg. Hoffentlich klopken sie die Bude nicht weg. Jut, das sind Sachen, die man reparieren kann. Natürlich mit der Axt. Sag mal, macht das sich mit der Päcke besser? Wahrscheinlich nicht. Weil das so ja nicht funktioniert. Ey, das hat das doch mal Mucht, das ist das. Ich kann auch nicht wahr sein. Hau zu! Sag mal, wie viele halten die aus? Mehr als Holz, ne? Also, rein theoretisch solltet kaputt gehen. Zwei Stunden später. Die Mauer ist weg. Die Mauer ist weg. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum das so ist, wie es ist. Weil da ist ja eine Stadt zwischen gewesen. Also, rein theoretisch, nach meiner Theorie, hätte ich das abbauen müssen können. War nicht so, nicht so möglich. So, jetzt muss ich die ganze Schille nochmal hier hinbauen. Na gut. Aber wir können es diesmal aus Holz machen. Ich holz nie aus. Warte mal. Das ist weg, das ist weg. Ja, jetzt ist, jetzt haut's, jetzt haut's hin. Jawohl. So. Holz. Dann sieht das Villa aus, strukturmäßig. Wir müssen eine klare Struktur bauen. Sie muss strukturisch sein. Ja, wie gesagt. Nur gestern war das schlimmer gewesen. Na ja. Na gut. Dann müsste ich das Villa da rüberziehen und dann passt das Villa. Gar kein Problem, habe ich doch gesagt. Alles gut. So, jetzt muss ich dann bloß noch die kleinen Stücken finden, wa? Weil hier ist ja auch nur eine Schräge drin gewesen. Ist ja mal schräg. Huh. Ha. Steine. Ich brauche Steine. Die hier sein müssten. Weil ich habe sie hier ja weggenommen. Ha. Als ob nichts die Wiesen mehr. Nee, Elli kann jetzt nicht gesund leben. Ich muss erst mal hier. Ja, ich weiß eigentlich, werdet ihr ganz gut für mich. Ich komme mir vor, als ob ich mir sagen will, ich bin fett. Das finde ich ein bisschen frech, Elli. Das ist, äh, unverschämt. So. Gehen sie mal zur Seite. Ich muss wieder Sachen rückbauen. Ehen mache ich noch umruf. Ehen, da geht noch. Ehen, da geht noch rein. Hey, einer geht... Kann ich den noch hier um? Nee, der macht jetzt hier den voll, wa? Wade. Elli, vorsichtig da unten. Da kommt ein Stein. Dit war knapp. Anders gesagt, dit hätte ins Auge gehen können. Aber es ist nicht mein Auge. Halb so schlimm. So, also. Treppe. Trepp dat oder trepp dat nicht? Dit ist hier die Frage. So. Die kommen denn nachher, will er da rin? Ah, geht doch, will er. Ihr sagt, als ob nix hier gewesen wär. La, 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 la. Dit ist dat große Stück, dat nächste Stück und dann die kleinen Stücke. Dat Stück für Stück, dann haben wir dat fertig. Mann, ik wollte eigentlich dat andere schon fertig haben, aber naja gut. Erstens kommt dat anders und zweitens, als man denkt. Hä? Das ist der Schlafentzug, wie ihr seht. Keine Ahnung, ich kann nicht pennen oder... Ich glaube, ich hab so lange nie gepennt, das kann ich gar nicht mehr nachholen. Eigentlich müsste ich Tag und Nacht pennen. Ich müsste hier im Moment hier spielen. Dann macht das mal kurz. Also, ich kann ja jetzt quasi schlafen, ob ich die Tür da vorn auf hab oder zu. Spielt jetzt ja kein Walzer. Weil die können ja über den See laufen. Jetzt kommen sie über den See, über den See. Jetzt kommen sie über den... Ja, sie kommen. Oh, schlafen gehen. Bumm. Ey, offline. Ik konnte nicht eine ruhe Nacht schlafen. Weil die mir auf dem Pimpfi gehangen sind. Die Pimpfs, die... Aber jetzt... Ja, kein Problem oder wat? Oder wie? So, hab ik hier noch ein bisschen wat? Also, ik muss erst mal willa... Ik muss erst mal willa ein Feuer hier machen. Und ich dat wat da kochen. Aber ik holz? Ik holz nie aus. Ik hab holz. Alter, wie krass, das sind dit da. Nee, 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 nee. Oder... Warte mal. Klingt dit jetzt gleich so? Oder muss ik... Ah, je do. Merke, ik muss mal willa... Rest der Rampe, äh, Kling kloppen, wa? Ah, nee, dat reicht. X-Kabin. Genau. Dit mit den Teleporter war auch gut hingestellt. Sag ik euch. Aber wisst ihr wat? Ik werd den Teleporter denn da hinstellen. Wenn dit Zeug na da kommt. Dat scheint mir ne jute Idee zu sein. So, wart mal. Wo is denn jetzt dit Wasser drinne? Dit Schmuddelwasser. Da schon mal nicht. Dat müssen wir mal gleich austauschen. Wie willst du denn Wasser holen im Winter? Na, ganz einfach. Am Pfahl. Ik kann nämlich nicht nur trinken, sondern ik kann da nämlich hoch water holen. Dat jett nem ich. Dat jett wunderbar jettet. Schön, dass die immer noch im Boden pennen müssen. Prioritäten. Kabin, Prioritäten. Ronny setzt. Pollem, pollem. I'm water, gar kein Problem. Ihr sagt vorher, hat mich dit ja ja nie so interessiert. Ja, zwei Tabletten denn bis ja hier will er hier heilt und so. So. Echt jetzt? Wat is denn hier los? Du bist schon gern schön kross bist da. Ik lass die jetzt ja. Du hast mich in Flammen gesteckt, also lass ich dich jetzt hochbrennen. Und schaue da zu. Brennen. Brennen. Wie ist der, brennt? Hallo. Dat hat er sich selbst zugefügt. Jetzt muss er damit klarkommen. Na, da gibt dat ja keine Knochen. Tor! Yes! Das ist das neue Fußball hier. So. Äh, gut. Ich brauch ja Köpfe. Hat er nicht mit gerechnet, dass sein Tag heute so enden wird. Ich würd' jetzt sagen, shit happens. Halt, 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 halt. Es fängt an zu regnen. Ihr wisst, was dat bedeutet. Ik muss die Biene ne, die Füße in die Hand nehmen. Pass auf, kurz vor der Küste. Ab ins Wasser. Weil jetzt, ist der Winter vorbei. Das war ein kurzer Winter. Wie immer. Er kommt, er geht. Einfach mal so. Hase, mach hinne! Dat Eis wird schmelzen. 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 Was für eine grausame Welt. Okay. Jetzt kann ich es essen. Nom, 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 nom. So. Weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, oben müssen noch... Wo ist denn oben noch welche ran? Nee, ne? Nee. Durchguck ist fertig. Also. Ich mach jetzt so bis hier ran und dann machen wir das Dach fertig und dann sind sie fix und fertig. Das sag ich ruhig. Hallo? Alter, und ich hol mir das Wasser noch so, wisst ihr? Das war ja wieder klar. Das war ja wieder so klar, war das. Aber es ist schön. La, 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 la. Wir machen Fortschritte. Wir machen Porkgrass. Das war zum Essen, hört sich an Mipori. Wo ist denn Calvin hin? Calvin, wo bist denn du? Holz holen. Hast du doch gesagt, soll er machen? Oh, ich weiß, wo der ist. Verdammt nochmal, ich weiß, wo der ist. Der Winter ist ja vorbei. Jetzt kann er auch nicht mehr über den See kommen. Weil vorne, glaube ich, hab ich abgeschlossen. Und ich hab geschlafen. Ich hab doch geschlafen. Jetzt kommt der da drüben nicht mehr raus. Glaube ich. Das, was hier auch noch fehlen tut, was ich natürlich auch bauen würde, wenn ich sehen würde, ein Floß. Boah, wäre das geil, wenn du hier ein Floß bauen kannst und drüber fahren kannst? Wie geil wäre denn das? Ja, ja. Calvin, wo bist denn du? Bist du noch hier? Ja, du bist hier, hab ich mir doch gedacht. Ich mach mir hier einen Schädel oder was? Hey, hast du ja erreicht. Mein Platz war ausreichend. Mann, ich hab doch zugemacht. Ihr habt ja gesagt, ich soll zumachen. Hab ich gemacht. So, Calvin, jetzt kannst du wieder raus. Was machst du denn da? Ach so. Ich fahr stehen. Wie seid ihr denn hierher gekommen? Keine Ahnung. Aber ihr werdet doch ernst schnell wieder gehen. Bleibt doch mal stehen. Ich mach doch meine Möbel kaputt. Kannst du mal? Das ist der Tango. Steh auf. Du mein Mitarbeiter. Schau, was ich mir gemacht habe. Ich hab ihn integriert. Volle Möhre. Er ist voll eingearbeitet. Also quasi, wenn ich jetzt rüber rutsche, dann bin ich doch noch nasser, als wenn ich laufen würde, weil ich doch geschwindigkeitsmäßig einatme, rin hole, Feuchtigkeit und so. Ist doch bei den Fahrradfahren genauso. Er wird mal nasser, als wenn man laufen tut. Geschwindigkeit. Beschwert euch bei einen Stein. Aber das ist ja relativ, hat er ja gesagt. Geschwindigkeit ist relativ. Ach, deswegen. Ja, jetzt verstehe ich auch Calvin. Clever, Junge. So, warte mal. Also quasi, ich muss ja den Willa zwei machen, was? Zwei und den Ina oben. Nur um das fertig zu machen. Ich mach dich fertig. Ups. So, jetzt könntet man bitte aufhören zu regnen. Das wäre ganz nett, ist das. Weil das habe ich schon die ganze Zeit im Reallleben gehabt. Das muss ich mir haben, jetzt hier auch mal im Spiel. Obwohl ich ja Regen mag. Mag ich wirklich. Ich hab gedacht, da war eine Verwerfung. Aber alles in Ordnung. Weil das so gut sein soll. So. Den hauen wir nicht fertig. Nee, ist noch nicht ganz fertig. Ich muss ja noch ihn weiter drüber machen. Halt. Aber das reicht erstmal, dass ich hochkomme. Ich überlege gerade, man müsste einfach bloß das jetzt aufnehmen. Wie ich das jetzt mache. Und bei den Schlafen laufen lassen. Gibt doch Streams, die sowas haben. Wahrscheinlich haben sie sich die Tonspur so geklaut. Könnt' ich mir vorstellen. Ja, ja, ja. Hoffe, dass Calvin bald blau brauchen tut. Das ist ja vorbei. Vorbei. Vorteil, wollte ich gerade sagen, beim Winter. Ein Calvin ist schneller verfügbar. Aber ich kann ja schon mal Vorarbeit machen. Ob sich jemals der Waldtier, äh, erholen wird? Weiß ich nicht. Ich hab mich gerade eingebildet, da hätte jemand zu ja rum. Hat sich für mich gerade so angehört. Da hab ich mir wohl wieder was eingebildet. Ja, ist doch gut. Nack, nack, ist auch wieder da. Oh, es hat aufhört. Also, ihn da hin, ihn da hin. Den muss ich nach oben bauen und den nochmal nach oben. Wie gesagt, das Holz kann ich ja dann weiterverwenden. Elie hat's schon mal geschafft. Calvin braucht wieder eine extra Wurst. Eine extra Wurst. Oh, shit. Hallo, Elie. Ich baue hier weiter. Wind und Wetter und so. Krass, wa? Wir lassen uns doch von Regen nicht abhalten. Von Winter. Und von Nasen, Elch, in Herbst. Ich war in meinem Vorleben, wo steht eine Luftpumpe? What? So, jetzt muss ich das danach hochbauen und dann haben wir den... ...Aufgang. Alter, wo ist denn der? Ich glaube, der hat schon wieder Urlaub. Es ist schon wieder da. Aber es ist noch nicht Herbst. Also, boom, Herbst. Man kann sich ja nicht auf die Wetterung her hinstellen. Das ist mir nicht möglich. Alter, wenn man das überlegen tut, das ist halt bloß Vorarbeitung, dass ich da oben rufkomme. Sehr komisch. So. Jetzt noch ihn da rüber und dann komme ich da hoch. Dann muss ich das nachher bloß abreißen und dann ist es gut. Ich habe doch noch eine Rechnung mit dir offen. Ich wollte es nicht töten. Aber er hat Zitane. Wenn er ihn getroffen hätte. Aber der Schreck, der wird ihn nie verlassen. Das wird ihm jetzt eine Lehre sein, mich nochmal anzustinken. Hallo, Calvin. Warte mal kurz, ich muss sie gleich wegschmeißen, sonst haue ich ihm ins Gesicht. Mr. Calvin. Wie siehst du denn, will er aus? Kannst du dich mal waschen, wenn du zur Arbeit kommst? Oh nein. Ah, es ist galoppiert. Warte mal, was mache ich denn da? Steine doch nicht sammeln. Stemme, Mensch. So. Nächstes Mal hier waschen, ja? Ja? Na ja. Na ja. Was war denn der dämmt? Das hat gerade geflackert auf dem zweiten Monitor. Wie du fällst jetzt aus. Dann wäre ich rausfallend. Sage dir. So, wir haben unser Ziel erreicht. Ich kann endlich das Dach weitermachen. Ist ja krass. Ich hab mal ne Frage. Warum werd ich angestunken und die können machen, was sie wollen? Wie ein Fußballspieler. Waaah. Hä? Hast du mal nen Kopf frei? Ja. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Warte, warte, warte. Könnten Sie mal bitte warten? Das war kurz vorn stiegen. Na, 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 na. Na, 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 na. Ein Kopf ist ja da. Der wird jetzt aufgespießt. Ich weiß, der ist nicht jugendfrei. Aber dafür kann ich nix. Das ist ja im Spiel so. Also. Schönen guten Tag. Äh, hallo? Warten Sie mal. Ich hab da, glaube ich, noch was in der Tasche. Ja, ja, ja. Du bist nicht mehr alleine. Du kriegst gleich einen Kollegen. Kolleginnen. Blablabla, 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 blablabla. Blablabla, blablabla. Tag. Die haben sich gerade unterhalten. Ja, äh, sie wurde zu ihm. Es waren Zwillinge. Kevin wird gleich angestunken. Kevin wird gleich angestunken. Kevin wird gleich angestunken. Na? Na? Wer stinkt jetzt wem? Wir sehen uns auf dem Teller wieder. Wir haben einen neuen Kunden. Warte! Wir müssen miteinander reden. Da ist doch was passiert. Erzähl uns. Dein Kopf. Er steht dir gut. Aber jetzt ist er weg. Deine Schuld. Warte mal, ich brauch mehr Holz. Hä? Mann! Sie wollte zu. Oh, er hat einen Portemonnaie. Könnten Sie mal kurz... ...Köpfchen lassen. So. Ich hab mir hier... Ich hab mir jetzt hier wundert, warum ich beim Holz sammeln Schaden kriege. Hä? Mach ich was falsch? Drücke die falsche Taste? Kann doch ja nicht sein. Ah, da steht er hinter mir und haut mir nun... Omms. Naja. Also, äh... Dann kommst mal bitte her. Mal kicken, wann sind leeren. Wahrscheinlich nie. Aber das kann für mich gut sein. Nicht schon wieder. Die drängeln sich ja heute richtig danach. Bleib doch mal stehen. Wie soll ich dich denn treffen? Geht doch. Und so rollt der Kopf. Ich hab's heute dafür, ihr wollt eine Gang aufmachen. Nee. So. Ich hab meinen ersten Club. Ach so! Du guckst dir meine Kunst an. Krass, war? Das ist ein Chor. Ein Männerchor. na denn ich weiß nicht ob es so eine gute idee war jetzt fühlt mich beobachtet na gut können wir jetzt endlich weitermachen damit wo ich eigentlich heute fertig werden wollte oder wenigstens ansatzweise quatschen sie mich nicht von links an oder von rechts ich hoffe dass ich jetzt will ein bisschen ruhe kriegen warum baue ich mir schrien wenn ich die nicht nutze das ist eine sehr sehr gute frage mal gucken wie viele noch vorbeikommen ich glaube ich lasse das erst mal stehen ich hab die schon alle weg gesammelt nee kann doch gar nicht sehen wollte gerade sagen da ist ein hase war ellie schon wieder hier oder was das ist halt eine sache der geschwindigkeit war hier sind wirklich alle stämme weg das war doch hier alle toll das sieht hier aus schön sauber und aufgeräumt so wir haben es gleich geschafft naja ich muss da oben noch hier das hier fertig machen ihr sagt da muss ja auch noch so ein rahmen da waren sie mich versuch an hier und muss ja auch noch mal drin kundschaft ich hab da was gehört da war doch jemand oder also sie ist weggerannt bleibt doch hier ich bin doch gerade dabei einen klub aufzumachen der wird cool hallo ich bin's der kopfmacher ach da es wird ein wenig eng aber es wird schön ich komme mir ein bisschen so vor wie pennywhite was macht das vieh bei uns auf der brücke du durfst du bist putzig la la jetzt wird langsam eng hier wa was solls du 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 exitet hier durch leute es wäre schön wenn die köpfe so bleiben würden ich hab meine eigene armee der körperlosen naja jeder fängt mal klein an ich hätte jetzt eine gute idee für ein thumbmeer aber die würde ich wahrscheinlich bei youtube nicht so durchkriegen halt nicht bewegen damit mal hätte da nie was runterfallen müssen ist wahrscheinlich ich hab das bloß nicht mitgekriegt so wie jetzt wir warten wir mal komm ich hier hin ja da geht noch einer hin so siehste passt wackelt hat luft wie ihr wollt wie ihr wollt was denn nun schon wieder schon wieder jemand achso ne das ist sorry tut mir leid für dich haben wir keinen club ausweis du durfst da nicht mitmachen ja ich kümmere mich schon drum ich weiß es ist diskriminierend und so aber was soll ich denn machen wir brauchen köpfe ja er hat einen kopf aber leider rollte er gegen wasser ich konnte nicht gegen das wasser ankämpfen die werden heute auch nicht besser sag ich euch na 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 muss rüber ich hab schon wieder du ist schon die ganze zeit es wird zeit für einen bumms oder auch zwei das ist mir einerlei warte mal und nochmal leider hab ich bloß und so zerbröselt der keks ellie bist du bereit lass uns bereit sein ellie du musst schießen was schießelt hat sich erledigt ich hab alles unter Kontrolle sag mal ich bin heute will er jener der alles machen tut wa kann das sein ich muss bauen ich muss verteidigen ich muss köpfe aufspießen sag mal was soll das was soll das ja gut ich glaub das ist Zeit für eine Pause der Kabin braucht eine Pause mach mal eine Pause ja mach ich doch geh erstmal rüber trinken dürfte ja jetzt mittlerweile schon fertig sein, oder? lalala lalalala lalala lalala So, warte mal. Nein, du setzt. Obwohl, ich kann ja das. So. Brutzel, Brutzel. Ja, das dürfte Dreckgetwasser sein, was? Das dürfte Dreckgetwasser sein. Ja, sag ich doch, schmutzget Wasser. Ich glaube, ich brauch doch eine Tablette. Ist ein bisschen Fahrrad. Mit ein bisschen Entengrütze. Aber es ist schon okay. Denn wir haben ja gelernt, nur die Harten kommen in den Garten. Warte mal, ich muss jetzt mal Wasser nachfüllen. Kann ich jetzt so nicht ins Regal stellen. Die nicht. Moment. Man kann ja sauber das Wasser nachfüllen. Das ist es. Siehste? Ich glaube, das hat sich gerade den Kopf angekündigt. Warten Sie mal. Da gibt es doch was von Ratio Farm. Ich wollte doch rinschmeißen. Na ja, gut. Angefangen. Ach, wie ist was? Nee, den Top, den... Den gönne ich mir. Wo ist der Kopf der ganzen Rasselbande? Na gut, Leute. Ich glaube, das ist es fertig. Es ist Zeit für uns, eine Pause zu machen. Also, Leute. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Abonniert den Kanal, falls ihr noch nie abonniert habt. Ist nämlich gratis. Und ihr unterstützt mich damit. Und wie immer. Hau ins Rennen. Und machen Sie einen schönen Tag. Was ich Ihnen das schon gesagt habe. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschööö. Bis zum nächsten Mal.